Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword und wir müssen nur noch einen Mechanismus betätigen, damit wir in das Steinwerk kommen können. Apropos, warte mal. Ah, ein bisschen krass. Es ist eh zu spät. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich gleich. Muss nur kurz, äh, wo sind die Bomben? Bomben sammeln muss ich kurz. Sonst hab ich keine mehr. Acht, neun, zehn, danke. So, dann hätte ich gern den Käfer, wow. Vielleicht zwei auf einmal. Den Käfer bitte, den Käfer bitte. Dann mach ich nämlich schon mal den Vogel fertig. Lalalala, lalalala, lalalala. Ja, komm, halt durch. Nein, dann schmeiß ich den auf dich. Blöder Vogel. Auf geht's. Bin ich hier, komm ich aber da noch nicht ran. Ich will da aber rankommen. Und das werde ich auch. So, alle mal wegnehmen. Ich bin eh in einer ganz anderen Ecke. So, da. 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 Äh. Da komm ich ja auch nicht hoch. Ich komm zwar hier lang. Aber das war's auch mit dem Spaß. Geradeaus komm ich nicht. Da kommt der Vogel wieder. Okay, dann setz ich hier erstmal einen hin. Den nehm ich weg. Und setz ihn dorthin. Vielleicht komm ich so rüber. Und ich möchte einmal kurz hier rauf. Okay, doch nicht. Ja, aber das sollte klappen hier. Schau mal. Lalalala. So. Diesmal stürze ich einfach auf euch. Und es klappt sogar. Es hat sogar geklappt. Ja, der hier aber nicht. Gut. Gut, 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 gut. Gut. Ähm. Hier gibt's nichts. Schön. War ich hier schon mal? Die Karte hat sich so verändert. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich schätze aber, hier wird das dritte Ding drin sein. Nee, auf der Seite war ich noch nicht. Glaube ich. Es ist mir grad auch relativ Latte. Ich wollte nämlich zum Artefad. Da hinten hin. Perfekt, glaube ich. Sollte so sein. Denn wir haben hier was zum Bomben werfen. Geht kaputt. Mach boom. Komm, mach boom. Herrlich. So, Herzchen? Nee, aber Geld. Finde ich auch gut. Hallo! Scheiße. Nein, 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 nein. Ich hasse euch. So. Das kann man ein bisschen überraschen. Ich hab mich leicht erschrocken. Aber nur ganz leicht. Danke. Nein, nicht schon wieder. Hier werden wir erstmal mit einer Scheiße Kiste belohnt, wollte ich sagen. Ei, 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 ei. Gut. So. Nein, hier brauche ich einen Fanghaken. Oh nein. Oh nein. Aber ich werde mit einer Kiste belohnt. Das ist doch auch mal was Schönes. Oh ja. Geil. Es wird nur noch ein Herzteil. Dann können wir weiter erhöhen. Aber hier brauche ich einen Fanghaken. Wieso gibt es hier Bomben? Na gut. Dann können wir das Artefakt halt erst irgendwann später holen. Warum auch nicht? Dann muss ich mich halt weiter umschauen. Ähm. 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 Scheiße. Ich geh dann einfach hier rüber. Wenn meine Ausdauer voll ist. Komm schon. Sehr gut. Hallo. Bleib bei mir. Du hübsches kleines Ding. Okay. Dann nicht. Äh. Da war gerade Wüstengras. Wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich mal auf den Weg nach da hinten machen. Der dreht hier völlig durch. Ist auch sein gutes Recht. Dann muss ich mal gucken, was das mit dieser Kammer hier auf sich hat. Oh nein. Ich wollte... Ich wollte dagegen rollen. Hallöchen. Hier ist was zum Graben. Käfer. Nicht zertreten. Nicht zertreten. Äh. Upsi. Hahaha. Ah. Eins. Und wo ist der zweite? Waren da überhaupt zwei drin? Ja. Okay. Ist halt noch die Frage, wie ich in dieses Teil reinkomme. Und was ist das zum Teufel? Ah. Ich bleib mal hier hängen. Nein. Ich hoffe, das bleibt unten. Das ist toll. Das ist wirklich sehr toll. Ah. Speicherstatue. Danke. Lagerhalle. Alles klar. Wir werden hier unseren Spaß haben. Würde ich mal ganz stark vermuten. Oh. Ich lasse mich natürlich wieder packen. Hör auf zu schlagen, Link. Oh, danke. Du hast Kleber erhalten. Dankeschön. 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 Ja. Ist okay. Ist okay. Ähm. Putzplan für den Tempel. Die Bauanleitung. Okay. 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 Da rollt er hier rüber. Du rollst er hier rüber, du Mistvieh. Mistig. Okay. Wo ist der Zeitstein? Das ist hier die Frage. Hui. Na, komm her. 200. Ne. Laufe. Ganz am Anfang wäre, ähm, zu einfach. Okay. Oh nein, da kommen sie wieder. Nein, nicht. Ich. Nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Lasst mich alle in Ruhe. Nur Herzen? Okay. Bis da der Zeitstein. Nicht noch weiter rollen. Mami. Nein. Du bist doch doof. Du bist doch voll doof. Jetzt hau ihn, hau ihn, hau ihn, hau ihn. Hau ihn. Schnell. Hätte ja klappen können. Ja, lass dich mit in die Luft sprengen. Komm, stück hier her. Da ist der Zeitstein tatsächlich. Und er hat sich wirklich mit in die Luft sprengen lassen. Echt nicht? Doch. Doch. Eine Bombe gespart. Da oben ist eine Kiste. Ihr seid wieder klein und süß. Und trotzdem gefährlich. Boah, gleich zwei wieder. Na super. So, der nächste bitte. Scheiße. Hätte ja klappen können. Na komm her. Ja komm. Ja. Na, komm schon. Was ist denn doof? Meine Güte. Was ein Heckmeck hier. Vielen Dank für den blauen Rubin, der fünf Rubine wert ist. Ha, hi. Trau dich. Scheiße, zu spät. So, so geht das nämlich. Ich möchte mal hier hoch. Was mir gerade nichts bringt. Aber vielleicht komme ich hier irgendwo an der Stelle. Nö. Warum auch? Ich möchte halt an die eine Kiste da oben. Das muss doch irgendwie machbar sein. Ja, hier. Nee. Na toll. Ich muss irgendwie da rüber, nehme ich an. Hallo. Oh yeah. So wird's gemacht, Baby. Da ist noch einer. Oh scheiße, jetzt zieht das viel ab. Vom Schild. Ich dachte, mein Schild wäre härter. Und dann kriegt das so einen Schaden. Wahnsinn. Dann wollen wir mal. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ich mit dir hübschen Teil hin muss. Ach, hier sind ganz viele Anleitungen jetzt. So, das war der Putzplan. Und hier. Keine Chance der Dürre. Machen wir Ranel Grüne. Die Bauanleitung. Bauanleitung habe ich die ganze Zeit gesagt, ne? Ich bin ja auch bescheuert. Die Bauleitung. Klappt nicht. Okay. Wo muss ich mit euch hübschen Dingern hin? Ich sollte meinen Käfer eventuell benutzen. Dann komme ich auch da rüber. Zumindest mit den kleinen Viechern. Das macht mir gar nichts. Ich gehe lieber mal auf die Seite, falls ich das Elektro-Ding fallen lassen muss. Ja, so nämlich. Ja, du kannst schon mal da hin. Okidoki. Und weiter? Hm. Wie soll ich denn da rüber kommen? Hm. Das finden wir dann wohl in der nächsten Folge raus. Wird schon schief gehen. Vielleicht muss ich auch einfach wieder in die, in Anführungsstrichen, Zukunft. Und dann über den Sand. Und dann... Wird schon. Passt schon. Also, vielen Dank fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.